ach so ja ich gucke noch mal wann ich mich umwenden kann also mein namen ganz normal und dann ttv groß dahinter denke ich mal irgendwie so lassen wir mal gucken aber da hast du nicht mehr viel platz glaube ich das nimmt schon gut slots in anspruch was wollte ich jetzt machen genau ich wollte eben gucken wie das mit dem sound weil ein kott spieße mich übel laut ich habe rechtes fenster oben sieht aus wie die bude von osama ich pushe ran an die botze ne 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 da wird jetzt mal rein ge... jochend hier so das spiel ist so viel besser optimiert call of duty als karkov junge da verschwimmt nichts bei mir im bild das ist so krass alles gestochen scharf ne das obwohl die grafik ja wirklich nicht schlecht ist aber ist halt optimierter ne die grafikkarten merkt man richtig naja das ist so so herr so herr ist ich unbenannt oder was ich mach jetzt minus und dann ttv und dann minus und dann minus oh God und dann Bernd? Bernd ist irgendwie auch lustig. Wo kann man das denn nochmal machen? Ich will eben gucken, wann... Charakter? Nee. Hauptmenü? Ich würde dir grad, welche Nicken ich denn da knallen. Spacken? Nee. Spacken! Mach irgendwas, was noch triggert oder so. Easy Ease. Ach, was weiß ich. Sit down oder... Smack. Ich bin immer noch Smack. Ease Snack oder so. Dann lieben die dich. Nee, die haten dann ja mich. Stimmt. Scheiße. Dann schreib ich nur... You bet, lol. You bet, lol. Ach. VTV und dann... Ähm... Ja. Ach, VTV und Snack. Snacks. Scheiße, wenn er mal ein Z hilft. Soll ich ihn einfach von Ease nennen? Ease? Geht auch. Ist richtig Trigger, oder? Oder... Sit down oder was weiß ich. Highway 2. Nee, ist zu lang. Nein, ist zu lang. Weiß ich auch nicht. Ich bin da... Bye, bye. Bye, bye. See you next time. Oder irgendwie sowas. See you, Lobby. Leave a follow. Oder irgendwas weiß ich. Donor. Nein. Donor. 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 Oh, Gott. Donate. Thanks. Give money, Pliques. You're a coach to VTV. Follow. Ist das schon wieder doof. Das muss ja was Kurzes sein. So viel Platz hast du doch gar nicht, oder? Wie lange... Wie viele Dinger kannst du nehmen? Wann kann ich mich denn umbenennen? Wo geht das denn nochmal? Optionen. Spiel. Da kommen... 15. Du hast doch nur 15. Proud TTV macht... Okay, da hast du noch 7 Platz, ne? Oder was? Ja, ich hab vorhin... Vorhin dahinter ein Minus. Ach so. Da hast du ja nur 5 Charms, dann... Naja. Mach doch... Mach doch... Ach so, Bernd... Bernd... Stromberg? Warum hab ich hier nur physische Kerne verwenden? Ich auch. Ich weiß auch nicht mal, warum das gut ist oder nicht. Ich glaub, das musst du mal machen. Äh... Ja. Suck? Sucker? Oh, ich könnte Sucker nennen. Wie du willst, wie du willst. Sucker. Lappen. Kann ich mich Lappen nennen? Nächste Änderung ist am 15. 9. 2020. 15. 9. Warte mal. Oh, ist Frühjahr jetzt. Hä? Ich bin geändert. Wie es aussieht. Die haben das anscheinend ge... Äh... Ich kann mich das nicht so am 15... Ich heiße jetzt ProudTV, ja. Das ist super. Dann mach ich das auch. Ja. Und mit Plantag... Heiß ich jetzt wirklich so? Speichern? Wo kann ich denn das... Ja, ProudTV. Cool, dass das jetzt schon geht. Haben sie wahrscheinlich durch einen Patch... Durch den Patch gestern oder so haben sie das resettet. Sprich Wein, dann. Wein? Nenn dich doch... Manager. Puh. 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 Oh Gott. Nenn dich doch... Mingre. Das ist so dumm. Nenn dich doch... Immer AFK. Passt das noch? Nee, passt nicht mehr, ne? Naja, das ist das nicht. Healthy. Healthy. Aber healthy. Bio. Bio. Bio kick. Pro DTV. Bio. Oh Gott. Das ist so dumm, ey. Einfach nur Bio oder Inter. Du brauchst auf mich hören. Es ist die Gefahr nicht groß, dass der Name schon belegt sein wird, dann. Nee, nee. Der ist nicht belegt, der Name. Ähm. VTTV. White lives matter. Alter. Ja, sorry. Ja, was soll das denn jetzt? Äh. Ach was schlamm. Wie wär's mit... Du hast echt nicht so viel Platz mehr, das ist das. Nenn dich doch einfach Xeri sonst. Was ist jetzt denn passiert? Oh nein. Oh nein. Hast du gemacht. Wie heißt du jetzt? Kann ich mich Vasili nennen? Vasili? Warum nicht einfach... Mach doch Xeri einfach. Du bist ja im Chat auch... Das passt ja nicht. Du bist ja auch mein Mod, Xeri. Dann kommt er in den Chat, beleidigt mich und wird von dir gebannt. Naja, hier im Ding ist heißig, ähm, oberst heftig. Ach so, stimmt. Du heißt ja... Ah ja, stimmt. Ähm, ja, heftig geht nicht. Doch, heftig. Reicht das? Doch, mit vorne das Minus weg. Ja, genau. Vorne das Minus weg? So viel... Äh. Nein. Heftig. VTTV heftig. Oh Gott. Also das gibt's, glaube ich, auch noch nicht, dass sich einen Clan dann nach dem Stream benennt. Das ist... Das ist der Asi-Name, was auch... Hat das geklappt? Ah ja. So. Hat geklappt? Game. So. Nee. Ach so, oberst heftig. Wie soll das? Nee, Übersicht. Guck Übersicht. Du musst speichern auch unten, ne? Speichern. Wenn du den geändert hast. Geh ins Charakterfenster, wo die Statistiken sind. Da müsste das eigentlich... Heftig. Heftig. Boah, so viele Deutsche spielen's nicht, ne? Wo man das Engländer hinkriegt. Ach Gott. Machst du heavy, oder was? Oder was machst du jetzt? Was? Proud TTV heavy. Hey Tito, ich komm meinen Namen um. Nee, das hat er schon genommen jetzt. Okay. Charakternaval possible after, okay, ich heiße schon so jetzt. Ja, süße. Ja, wirst du bereuen, sag ich dir so. Ich heiße Proud TTV. Warum? Die wissen trotzdem, wo sie gucken müssen. Ja. So. Nun. Wird aber mal gespielt, ne? Ja, wär nett. Wird man anfangen. Ja. Ja. Bin ready. Equip hat er. Ja, hier in dem Spiel kann man sich ja nicht zugucken, ohne über Discord. Das sind die Russen nicht, dass man sowas im Game implementieren kann. Das gibt's in Russland einfach noch nicht. In Russland geht das nie. In Russland, da geht das niemals. Bist du doof, du. Oh, die Rezepte haben sich geändert. Ist das eine Granate jetzt für zwei Sippos? Ja, siehst du? Rezepte geändert. Nee, das war Peacekeeper. Oh. Keine Ahnung. Hier gibt's noch eine Nate. Ja, ich bin fertig mit Jochen Gier. So eine Maske. Geht du mal auch mit, oder ist der AFK? Ich weiß nicht, wo das ist. Nein, ich bin mal nicht. Aber macht Spaß hier, Call of Duty. Es ist nur wieder mit so vielen, ey. Ich hasse das mit so vielen, wirklich, solche Spiele. So unkoordinierter... Das ist so, die rennt ja immer alle zusammen, rennt und wir... Jeder von uns rennt irgendwo hin, ey. 17.09, ja, komm. Das ist mir einfach zu viel, ey. Kann ich... Kann einfach nicht so viele... Was? Ja, komm. Ja, ich komm. Zeugelände willst du, oder was? Loggi. Klar. Ja, bleib ruhig. Du bist verschrieben im Denken, wo ich hier noch mal in einer Woche... Also geht das einmal ja... ProTV, heftig. Heftig. Ja, kannst du mir einladen. Das ist absolute Hingabe vom Manager. Naja, so macht man... Opfer hat sogar seinen Namen, Junge. Es gibt eine Gewinnbeteiligung, ist hochgesetzt auf 10% jetzt. Das ist jetzt auch so. Aber er hat den Namen noch falsch geschrieben, also 9%. Sagen wir mal 9%. Mach doch nichts, du hast doch schon wieder hier den ultimativen Kaffee... Drecksspiel. Ja, bleib ruhig. Ist doch scheißegal, wie man heißt, Junge. Ist doch egal, wenn das Öl nicht sterben. Und die Leute sollen hier einschalten, soll ich Follower-Chat noch anmachen, so richtig auf dreist? Ja, ich sagte, soweit wir Leute essen, Leute umbringen... Das dauert nicht lang, das dauert nicht lang. Nee, nee. Wir gucken doch auch oft. Ja, wir gucken doch auch oft. Bei den Namen. Ja, guck... Ich guck eigentlich immer. Deswegen... Deswegen... Dann sehen wir, was für dumme Idioten das waren. Ja. Und jetzt werden sie die richtigen Vollidioten sein. Ja, die richtigen Jochens, ey. Gott, die haben hier schon... Ja, was sind das denn für welche, ey? Ganz genau. Für einen reudigen Hunter. Hast du einen Hunter mit wieder? Mach mal deinen Stream hier an. Mach mal deinen Stream hier an, weil das geht ja sonst nicht, sonst... Ist ja ein Hardcore-Shooter, da habt ihr keine Markierung über dem Kopf. Na, da hört man noch was aus. Och, bist du schon wieder toxic. Was denn? Ich bin noch ein bisschen müde. Ich schlafe unter der Woche. Das Problem ist, am Wochenende schlafe ich immer recht gut. Ja, in deinem Urlaub gehen wir da mal rein wieder. In Call of Duty. Dann machen wir mal wieder so... Ich bin unter der Woche sechs Stunden, da bin ich voll am Sack, ey. Ja. Aber ich verlange da mehr Einsatz. Also auch in Cod. Arbeiten ganz ruhig, ja. Dann in deinem Urlaub nächste Woche, da fangen wir am Wochenende mal ein bisschen an. Machen immer erst mal ein bisschen hier Call of Duty oder so. Und dann abends immer schön hier Tag auf. Ich hab dann eh nichts zu tun. Ja, eben weiß ich doch. Du hast nie was zu tun. Wenn ich erst mal oder schön Urlaub hab. Urlaub. Urlaub. Jetzt sind wir wieder in der Welt der 80 FPS, 100 FPS angekommen. Gucken wir mal. Da muss ich ja sagen, das triggert mich ein bisschen, ne. Dass die die... Das Spiel ist halt krass, aber jedes andere Spiel rennt von der Performance halt irgendwie meilenweit an Tarkov vorbei, ne. Ja, das Spiel ist trotzdem gut. Ich hab heute nochmal zwei Skephrons gemacht. Hab auch richtig viel Zeug rausgetragen. Das schockt. Ich muss das Spiel noch ändern und so weiter. Hab ich denn für ein Level? Ich schreibe einfach mal 27. Tarkov. B. Let's go. Escape. Was machst du denn jetzt hier für Sachen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir haben... Wir haben... Willst du mich verarschen jetzt oder was? Ich konnte meinen Namen... Ich konnte meinen Namen umbenennen schon. Tito. Ja, und Peter heißt auch ProTV. Ich heiße jetzt auch ProTV. Absolute Addiction, Junge. Boah, das läuft so anders. Als Clan-Tag hat Peter das eingestellt. Das erwarte ich eigentlich... Wie bitte? Das ist wegen Anrufer oder sowas, aber nein. Wir dachten, du bist wieder... Wir dachten, du machst wieder hier... Ja, ich dachte, du machst wieder privat. Ja, ja. Oben am Zug. Oben am Zug, hör auf. Oben am Zug hinter uns, Peter. An der Wand? An der... Du hörst ihn jetzt. Hoch, hoch, genaded. Er ist an der... An der Hütte oben. Oben an der großen Brücke jetzt. Nicht so viel Moven. Ich glaube, der kann sein, dass er Trash geht vielleicht. Nee, er ist oben noch. Oben noch. Große Brücke. Auf der Brücke? Ja, er läuft. Er ist oben drauf. Bei dem Wagen. Einen habe ich unten erschossen. Geht er rüber oder nicht? Ich glaube, ja. Jetzt. Ja, er läuft. Ich sehe ihn nicht. Ich versuche, was zu gucken. Ich sehe ihn. Auf unserer Seite ist aber was. Mit Ren. Werf noch eine. Er ist rüber gelatscht. Er beim Bus ist er. Oben am Zug. Bei der Überklärung. Bei der Mauer. Mauer oben Zug. Mauer oben Zug. Weißt du, wo ich meine? Mauer oben Zug. Du bist unten. Ich werfe oben eine Gren hin. Ja, ich bin. Ich bin im Schmeißloch. Ja, genau da. Hm, okay. Also nicht geschossen. Jetzt war der. Die Spitter. Wieder unten. Ich bin oben am Zug. Ich komme mal ein bisschen zu dir an die Wand. Wir haben noch eine Leiche auf Rush. Ein Maid ist durchgekommen. Wir haben noch ein drittes, glaube ich, der sitzt hier. Ich bin oben bei dir am Zug. Ich bin das oben. Ja, habe ich gehört. Ich will ihn jetzt gerade empfinden. Wieso haben wir einer auf? Das bin ich. Hinten. Hinten am Zug. Wo genau? Ich glaube an der Hütte oben. Movest du? Ich habe etwas gehört. Irgendwas geschaut. Ich habe ein bisschen drüber gesprungen. Bleiben wir mal sitzen. Kommt Mitte wieder rüber, glaube ich. Die Große. Irgendwas ist da gerannt. Trash? Oder Trash? Ich will nicht genau sagen, wo er jetzt ist. Keine Ahnung. Ja, oben am Zug. Hinten. An der Rampe. Ich höre ihn nicht. Wenn er zum Container kommt, höre ich ihn. Der war im Zug. Da hörst du ihn. Das sind die. Versuch mal was zu sehen da. Ist der drin? Kann der sein? Ne, ne. Der sitzt da hinter. Zwei. Zwei. Selbst vor. Oh. Ach, die sitzen doch bei dir oben. Fuck, hat mich. Da habe ich jetzt nicht mehr noch mit dem gerechnet. Fuck. Ich töte noch ein. Ja, alles gut. Ein, zwei. Der wird mich looten kommen gleich, denke ich. Bin da recht offen. Ich bin da recht offen. Er ist noch da oben, ich höre die Steppen. Mach ihn in Ruhe, alles gut. Ich glaube, dass einer im Zug sitzt und einer ist hier bei der Mauer oben. Mach ihn in Ruhe. Aber dafür gründlich. Ich höre es für beide. Wo liegst du? Da ungefähr, ja. Der lootet mich bestimmt. Jetzt hat er sich hingelegt. Boah. Da haben sie dich aber weggeschossen. Diese Schwitzer. Okay. Na gut. Eine Nate wäre gut gewesen, ja. Schön auf meine Leiche drauf. Aber, ja, was soll's. Von Joko. Ja, dann. Das waren zwei oder drei, glaube ich sogar. Zwei oder drei. Okiti, du bist dabei, oder was? Ähm. Ja. Nice. Da war auch noch BS. Gut war ein Spaß, ey. Aber da kommt er wieder mit so einem Schwitzhelm um die Ecke. Was, waren das eigentlich dann Bates-Shots oder was? Frage ich mich jetzt schon wieder, aber ist egal. Da bin ich auch direkt drauf reingefallen. Ja. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Sofort wieder ready hier. Ich hab so viel von Prapor wieder zurückbekommen, ne? Ich lebe von Prapor. Deswegen, also. Prapor gibt mir Gier. Unendlich. Unendlich Gier. Ja, wieder die nächste Hunter. Alles voll. Prapor, alles voll. Alles voll. Alles voll. Alles voll vom Prapor. Die haben da ein Magazin rausgeklaut aus meiner Waffe. Was ist da denn los? Ja, ja. Die haben alle Landmark geguckt. Wer klaut denn Magazine? Ja, ja. Die haben Landmark geguckt. Aber wir müssen alle Landmark gucken. Die glauben, dass sie heftig sind, oder was? Ja, dann sind sie alle heftig, wenn sie schnell jetzt sortieren und dies und das. Uh. Uh. Ein paar Granaten nehm ich noch mit. Ich nehm auch nochmal so ein Ding mit hier. Da kenn ich ja nix. So. Granate. VG hab ich mit, was man hier so alt hat. Le P, B, T. Zeig. So. Ein paar Granaten noch und dann gehen wir wieder rein. Ist mir scheißegal mit dem Gier. Hast du den einfach weggemacht, oder was? Ja, der hat erst das Ruhrer, der zweite kriegt einen One-Klick. Und dann kommen die Jochens da oben, ey. Ja, mach nix. Ich schweig. Mach nix. Komm, wir gehen wieder rein. Ja, er ist Apfelsaft im Beleg. Bin wieder ready. Mit Tito jetzt, dann läuft das. Tito, komm, wir ran. Tito. 6.37 Uhr, alles versichern. Proud TV lädt mich ein. Wie hast du dich jetzt genannt? Heftig, einfach? Proud TV heftig. Heftig, too. Kommt mir Snacks nennen. Snacks. Guck die dort auch schon an. Lob ich mir. Oder East Snacks, hätte man sie auch nennen können. East Snacks, aber hätte nicht gereicht vom Platz. East Snick. Snacks mit X. Sit, sit. Mag ich auch immer gerne, sit. Sit down. Sit down. Oh mei, wenn ich den Titel schon wieder sehe, ne? Komm ran, Dickie. So, zerkacheln. Oh, das ist doch scheiße. Wieso, bist du ja profisiert, alles? Nee, nix zurückbekommen hier, oder was? Das kann ich nicht passieren. Was für ein Welterkrieg am Morgen. 20 Grad. Komisch. Hört mal versichert an. Wenn die reinsteht, ist die nicht versichert. Hört mal. Okay. Hört mal. Let's go. Ich habe nichts gemacht, ich hätte zu follow. Naja. Mal gucken, ob da überhaupt Leute kommen und was schreiben. Beobachte ich erstmal. Wenn jetzt echt regelmäßig Leute kommen, dann mache ich das vielleicht schon. Wenn wir jetzt wie Chris Kyle da einfach die Seite wegschneiden würden. Meinst du? Ihr seid nur am Sitzen. Da haben wir so richtig schön gesessen. Da würde ich mich in dem Hass suhlen. Wie so eine Dusche. Ja, genau. Hier erstmal kommt einer rein, wie so eine warme Dusche. Dann lässt er seinen Frust daraus. Okay, let's go. Ich bin Level 26, ich habe gelogen in meinem Titel. Also, wer ist jetzt der Schritt im Kopf? Ich bin level 23, ich habe gelogen in meinem Titel. Ich bin level 23, ich habe luch. Dann aber bin glaube ich, hier chose. Ja. Ich bin level 23, ich habe gelogen in meinem Titel. Ich habe gelogen in meinem Titel. Ja. Ja, das ist mal was anderes. Ja. Das muss halt nur gut sein, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Das wäre halt schön, ne, wenn man mal wieder irgendwo gut wäre. Wenn man wieder irgendwie richtig gut. Jetzt guckt der Schwitzer da gerade wieder um die Ecke mit seinem Hurenhelm. Ja. 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 Ja, komm. Oh, rechts was gehört, oder? Nee. Ja. 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 Nee, ich hab die fertig. So, gib die Peter. Können wir machen. Können wir gerne machen. Okay, das war wieder Dorms. Ja, ich hab drei, wenn du irgendwelche brauchst, dann schrei einfach. Ich muss schiffen, ey. Lol. Ist ja Blick auf uns, ne? Blick auf Halle. Neue Halle. Ist hier ein Skeft neben mir rechts? Ich hab auch Beuys angefangen. Und? Mega dumm, ey. Also richtig gut. Eigentlich richtig gut. Ja, das ist mega lustig, ey. Ist so einfach krank. Ja, es ist voll fertig, ey. Was haben wir denn? Welche Folge hast du geguckt? Ja, wohl. Er mit der Arschbombe da. Da hab ich aufgehört dann. Also, da hab ich noch nicht weiter geguckt. Die Arschbombe. Weil man überlegt halt erst so, sieht das Bild dann so an der Wand und dann drückt er einfach ab. Der drückt dann einfach ab. Ja. Und die Serie ist so trocken, ne? Das ist, das ist, das töte Charaktere wie bei GOT. Ja. So einfach, also ich guck jetzt grad die erste, in der zweiten. Da denkst du, oh no, what the fuck, ey. Ich sag da jetzt nix, aber... Hm, ist echt gut. Oh, vor allem dieser Homelander, das ist so ein Huren. Ja, was zur Hölle. Ich mag ihn aber irgendwie. Läuft was, läuft was hier, Baustelle unter mir? Ich komm, ich komm zurück. Der Busch drüber. Der kommt zu euch, der kommt zu euch. Okay. Kannst du sagen, wo? Unter mir, Baustelle. Ich komm. Nicht, komm. Ach, ist klar. Jetzt fällt die Hunde, ich geb mir klein Hattie. Ist echt unbittlicher Spieler. Ohne Witz. Äh, echt. Wo denn? Unter der Construction. Jetzt will ich wahrscheinlich hochgehen, mich looten oder sowas. Draußen ist schon rechts. Hm. Nee. Ich weiß nicht mehr, wo Tito genau lag. Oben, genau oben. Aber niemand der Dings an der gleiche Treppe. An der Treppe? Oder wo warst du ungefähr? Oben. Nee, nee. Wir müssen weiter nicht mittig. Ich hab mir Gran geworfen, Peter. Vorsicht. Ich glaub, der ist hier im Loop. Ich hab ihn hier gehört, glaub ich. Ist klar, Deck 2. Ich bin sofort Paddy. Ach, geht eins. Nee, er ist oben. Safe oben? Korax. Ich hab ihn irgendwo drauf. Ja, den will ich mich hören looten. Ich bin gerade aus. Oben bin ich dann. Da hab ich nicht gestorben. Ja, ich hör ihn oben drauf. Ja, wenn er nicht... Bei dem Part sozusagen. Noch ne Gran geworfen. Und wo liegst du auf meiner Sicht? Links auch. Zwei. Zwei, Peter. Peter, zwei. Genau. Da vorne, aber auf die hintere Seite. Da, wo die Treppe hochgeht. Da lieg ich normalerweise. Weißt du, ich leg mich immer da vorne hin. Weil da oben schießt auf ihn. Mehr auf mich. Und vor mich. Macht mich der Scav, oder was? Der Scav macht mich impf. Ey, der Spiel hat dich gemacht. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber gucken wir mal. Mal gucken. Der Tick zwei hat Ressource. Der nimmt mir auf. Der gibt mir sofort. Der hat mir gesehen. Unten. Der will außen lang über Blue. Über Green. Ja, das Spiel. Spiel vernünftig. Ich versuch's dir einfach zu holen. Und wenn's klappt, klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Dann spielen wir neu. Also der war komisch. Wenn der das war. Ich glaub eher, das war der Scav um. Der müsste jetzt hier gleich eigentlich kommen. Weil ich war, ich bin runter in das Loch gelaufen. Ne, war der Scav um. Ich hab ihn dann anschließend über deinen Leich gelaufen sein. Ja, ja, klar. Er hat's ja gehört, wie ich da zusammengesackt bin. Der war so ein Meter vor mir. Aber der Scav hat mich getötet. Timurka Adijay. Der musste ja gleich irgendwo angejoggt kommen. Der ist da rüber gelaufen. Timurka Adijay hat mich gemacht. Ich muss jetzt in den einen, wer's klappt, wer's klappt nicht. Das sind zwei. Das sind zwei. Einer war oben bei Tito. Und einer war bei mir da. Das war. Ja, sind zwei. Dann auf jeden Fall zwei. Ich hab auch gesehen, wie er durch den Zaun nach außen gepusht ist. Deswegen dachte ich, der kommt jetzt hier. Ne, ne. Das sind zwei. Tito, der muss sofort zusammenbricht, ist natürlich mega sad. Wir haben recht schnell verschoben, naja, also. Ich geb ihm, ich komm zurück und der schießt zweimal, bin weg. Naja. Dann hab ich dann einfach... Level 4, Level 4. PSD geht's doch los, sag ich nur. Aber geht's mit HW, das heißt. Hast du Level 4 Wester? Dann geh'n bisschen wie ohne Wester rein, ist glaub' ich viel, viel besser. Günstiger für... Ich nehm' nur noch ne Dreier oder so. Ja, die kommen... In die Dicken eh nicht. Kommen eh immer wieder die Dinger. Ist scheißegal. Mach ich ja was? Ach, sag ich, das ist scheißegal, der Jangle angejoggt kommt, die ganze Zeit. Ja. Oder? Ach, das ist geil. Zack, zack, zack. Oh, ich dachte, die laufen jetzt hier rein, ey. Dein Affen. Was? Der Schiff brennt da hinten rum. Das klappt ja leider nie, so wie man das will. Wo liegt Thorsten? Ja, ich lieg' direkt in dem Schrotthaufen. Ja, da ist so dieser Coole. Ich guck mal, ob das ist. Geht. Ne, in dieser Coole da. Jetzt kommen die, oder was? Ist doch immer so. Hier sind sie. Leine. Oh, das geht schon finster für mich aus. Einer vorbei? Mach den, mach den Revenge-Kill. Ich höre auch nichts bei dir. Weiß nicht. Weiß nicht. Du musst halt nur aufpassen, ne? Wenn er sich gleich umdreht zu dir, dann kriegst du sofort einen One-Click. Außer Mosin. Außer Mosin. Wo ist der Runde, Sohn? Der ist da unten. Können wir noch schießen hören. Können wir noch schießen hören. Ja, probier's. Ja, probier's. Ja, probier's. Weckgeknallt, oder was? Weißt du, das war der, oder was? Ja. Aber wie gesagt, es waren zwei. Ah, dein Kumpel ist jetzt sauer. Ich mein, war nur einer. Ne, ne, ich hab zwei gehört. Einer war oben bei dir, auf der Fläche. Und einer war ein Meter vor mir. Vor dem Loch. Diese, diese Kuhle. Diese Schrottkuhle da. Das waren auf jeden Fall zwei. Also ich könnte mir vorstellen, dass er gekippt ist. Oh, ist doch schön. Also ich könnte's mir vorstellen. Und die dreisten Shots sind immer die besten. Sollen wir mal gucken gehen? Joach, mach doch. Ach komm, soll ich dann simulieren. Mach Taschen voll, mach Taschen voll und raus. Ich sag da, Jochen liegt doch. Wenn nicht, dann soll ich's ficken. Richtig sich um seine heutigen Geschwister. Vielleicht Dings, ne, rausgern, nix. Ne, ist ja zu. Schwitzfurt ist zu. Tito kriegt wieder ein One-Click. Ich auch. Aber vom Scaf. Gott. Mal gucken, ob er liegt. So, wer glaubt, dass er liegt und wer glaubt, dass ich sterbe? Ich glaube, beides. Ich glaub, du stirbst. Beides. Er liegt, aber du stirbst auch. Da liegt niemand. Doch. Beide! Alter, was ist los? Ja, aber das war aber nicht der... Mach die verdrecken Taschen voll, jetzt los. Schau mal. Mach die Taschen voll. Oh, und ich beobachte mal eben meine Zuschauerliste. Schau mal, wie heißt denn der? Heißt Deck 2? Dann ist der. Mhm. Du solltest gerade nicht drauf achten. Mhm. 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 Mach den Rucksack und da ist mein Dings drin und meine Waffe wahrscheinlich. Tut mir leid, zieh doch, ich hab was anderes so gut. Zieh dir den Helm an jetzt, zieh dir den Helm an. Halt ihm doch seine Dings erstmal. Ne, den... Sein Rucksack hat ein Rissen Rucksack. Schau mal ab hier, ne? Er hat einen Rucksack, einen Rissen Rucksack. Du weißt doch, was passiert, wenn man hier zu lange lootet. Ja, nimm doch den Rucksack. Nicht im Stehen looten. Und dann schmeißt meine Waffe weg. Er hat meine Waffe, meine... Wo? Na, du die? Ne. Aber ich glaub, das ist jetzt Deck 2, wie der heißt. Ja, weg. Deine Headset-Kennst du nur anziehen können, du hast keine Headset an. Ja, mit dem Hemd geht's nicht. Egal, weg. Sag das mal aus. Was ist meine Waffe denn hin? Der hat doch nicht auf, der hebt doch den Müll nicht auf. Haben die jetzt beide weggerotzt. Der hat doch meine Waffe nicht aufgehoben. Warum sollte der... Guck dir mal an, was der für Waffen hat. Der hebt doch nicht unseren Müll auf. Das ist ja das Schöne an dem Gier, das nimmt keiner mit. Das kommt halt Postwenden, kommt das vom Brapo zurück. Du hattest doch einen Hunter, oder nicht, Tito? Nee, nee, ich hab einen AK gehabt. Ach, der bückt sich doch. Heißt das Deck 2 jetzt wieder? Ja, ja, ich hab' ich gemacht hier. Ja, genau. Deck 2, ich hab' ich auch wort's den Mann. Gut. Wichser. Hab' ich jetzt mit zwei Schuss die beide weggeknallt? Nee, 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 das glaub' ich nicht, aber... Die hatten da ja anscheinend einen Firefight da. Hast du M80 im Muni? Klar. Bring nach Hause jetzt den Scheiß, komm. Ich glaub' ja, glaub' ich viermal mit M80, was jetzt nix. Ich muss hier hapere, ey, Dings recken. Bring nach Hause den Scheiß, komm. Saubere Sache. Herr Peter, wieder sneaky-peaky, ey, aus dem, aus dem, aus dem Tal. Vielleicht Oberweight. Nein, du kannst doch langsam laufen, ne? Na, würde ich nicht machen mit dem Gear. Ich hab' gefühlt, da läuft die Panzer. Wie viel Kilo hast du denn dabei? Nur 60. Okay. Ach, Visier noch runter, oder? Ist, ist runter, ich seh's nicht. Okay. Aber dann... Setz dich noch mal hin, Luft holen und... Ich hätt' jetzt noch fünf Minuten looten können, aber darf auch nicht so gierig werden. Nee. Es sei denn, man kann so schnell looten wie Landmark, dann... Der hat die drei leer gemacht wahrscheinlich in der Zeit, wo du das jetzt aufgehoben hast. Das ist einfach krass. Ich hab' jetzt noch mal wieder gesehen. So, also wenn ich jetzt zwei Kills hab' innerhalb von drei Sekunden, hab' ich beide erwischt. Ich hab' das mit diesem... Schöne Sache, Peter, sauber. Ich hab' das mit diesem Turnier übrigens, äh, jetzt verstanden, was die da gemacht hatten bei Tarkov. Die hatten alle, die ganzen Streamer, frische Accounts. Und durften nur Factory. Dann haben die sich da halt hochgelootet, zweieinhalb Stunden. Da hat er 69 Kills gemacht. Nur Factory, immer wieder neu anmelden. Nur mit Sachen vom Händler und... Glaub' ich irgendwie, es sei denn, das gelootete. Ja. War halt krass. So, Achtung. Achtung. Mhm. Bin wir mal gespannt. Ich hab' eingeschossen, weitergemacht oder was? Nee, nur einer. Nee, ich hab' den einen geschossen. Der Level 53. Hättest du auch von der Hunter gekriegt. Ja, freut sich, Peter. Der hat einen richtig schönen Treffer gekriegt. Ist wieder ein gutes Spiel, sagt er. 105 Meter. Hm. Clean M80, bam. Voll in die Schnauze. Schöne Runde. Muss ihm Pipi machen. Vor Freude. Merp. Jop. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Passt nicht. Pixer. Junge, was hatten die denn dabei? Mal gucken, was das Ding hier kostet. Mal gucken, was das Ding hier kostet. Mal gucken, was das Ding hier kostet. Ich hab das gerade schon eingekauft. Die ist halt voll. Ja, ich mein Waffenkisten. Packst du ja immer da so. Junge, junge, junge. Oh, das war eine schöne Sache. Schön die Taschen vorher gemacht. Wie werde ich den Scheiß jetzt los hier? Das Ding spiele ich eh nicht. Boah, für Factory mal oder so. Der ist noch 100, ne? Sonst hau ihn einfach. Sonst hau ihn. Hast du denn da so einen Skeff-Rucksack einzeln liegen, sag mal? Ja, aber der nimmt doch viel mehr Platz weg als so. Du musst doch lernen, den Makatim wegzumachen und den Griff. Dann hast du nur noch eine Reihe als Dings, als Lott. Das können wir nochmal machen, wahrscheinlich. Das ist eine 6er-Weste, ne? Die denken. Das ist egal, ich spiele trotzdem. Keine Ahnung. Das ist ein schwacher Versuch. Das wird, glaube ich, nix. Das passt nix. Das passt nix. Du musst dich vom Billigen Waffen trennen. Einfach mal die... Du gehst so groß wie der lila in den Rucksack. Schallis von den Schrotzen runter oder so und dann die Schrotzen weg. Was weiß ich. Keine Ahnung. Musst du gucken, ey. Drei Schrotzen hat er da gespeichert, ey. Spielst du doch eh nie, du Jochen, ey. Du brauchst da alle Dings, du brauchst alle Waffen, alle Magazin um den Griff zu werden. So viele Waffen hatte ich in meinem... Seitdem ich spiele noch nicht. Keine Mac-Box oder sowas. Magazin-Box. Doch, die ist voll. Welche, sag mal. Ach, mit den Billigen. Ja, mei. Ich würde die wegschmeißen. Schmeiß die Billigen mal weg in dem Ersten, da. Kriegst du bei Prapo für ein Taui. Der Peter. Okay, fertig wieder. Dann über mich. Peter hat erst seit kurzem die Taschen so richtig voll. Ich verstehe das gar nicht. Kriegst du bei Prapo für ein Dusi. Wie länger. Ah, ich keine Ahnung. Den Blackrock kannst du direkt anlassen, oder nicht? Den kannst du ja anlassen. Genau. Und dann Zeug rein. Achso, du wolltest... Achso. Tja. Keine Ahnung. So sieht gut aus. Aber man kann sich auch mal von Sachen trennen. Sorry, dass ihr jetzt hier raten müsst. Nö, ist doch nicht schlimm. Das ist sofort irgendwie der dicke Ding hier. Passt. So. Was weiß ich denn. Wenn wir die Tetris Musik einspielen. Kannst du bestimmt irgendwie ein paar Waffen noch einklappen, oder so, oder? Ja, die MPX zum Beispiel kannst du einklappen noch. Ja, unten dieses kleine MP5-Ding oder was das da ist. Was ist das? Das ist ein 4. Ah, hier kannst du einklappen. Achso. What the fuck? Dass du alles aufbewahrst. Oh Gott, ey. Ja. Ja, gut, dass das alles immer rumliegt. Das ist ja kaputt. Das ist ja kaputt. Da muss ich denn mit der Waffe hin. Genau. Der 2-Shot kannst du verkaufen. Spielst du ja eh nie, ey. Alternativ nimmst du gleich eine zweite billige mit in den Raid, versicherst die und dann schmeißt die einfach am Anfang in den Busch. Wenn du dich von nix trennen kannst. Schon Advanced Tactics. Ah, das sind die rotierenden Waffen. Ja. Ja, ja. Indem du die dann weghaust im Moment. Oh, ich will nicht mehr. Suche dir eine raus, die du gleich spielen willst, einfach. Dann hast du schon mal. Ich hab eigentlich eine Show könnte spielen. Solltest du, ja. Was hast du denn noch in den ganzen Taschen? Also irgendwie vier oder fünf Taschen hast du da. Das ist da drin. Okay. Ich mein, die Skelle, der Skelle. Oh Gott. Da haut die weg, da. Und da noch. Das sehe ich dann immer ganz, da werde ich doof. Du musst die Sachen auch mal spielen, Junge. Ich spiel die teuren Sachen immer. Also die, ich hab, ich hab, ich hab gefühlt billig und wahnsinnig teuer. Und, äh, ja. Guck dir mal an, die Dings, ja, alles Dings, Waffen. So, so muss es aussehen. Ich sag dir, dass es aussehen muss. Guck, so muss es aussehen. Aussehen, aussehen. Tja. Aber da, der nervt mich, dass ich das nicht sofort benutzen kann. Das nervt mich einfach. Braucht doch nix. Weißt du, ihr habt die Dings gerade hier? Boah. Das hab ich gleich gemacht. Da bin ich, da bin ich blöd bei, bei diesem Geburt. Ich spiele das einfach die M4, da scheiß drauf, ey. Habt ihr ihr gefunden gerade, der kostet mich nix. Ich spiele den Schütz jetzt hier und los geht's, ey. Like I care. Jetzt Panzer, Panzerboy. Panzerboy 7. Ja. Gut, gut. Dann kriegst du jetzt von der MPX, PSO, GZH-Krise in den Helm. Voll im Bläh, Chrissi. Ja, 995 ist da drin. GZH. Komm, hab ich auch was von. Wolle ich noch vernünftigen Muni? Hier, 995, Junge. Da, zack, Feiner, Feiner. Wie ist der Atombombenwerfer? Wenn ich umfalle, gönnt euch. Müsst du ein Magazin mit, oder was? Nee. Na, 260er ist gut. Hammer hat's ja. Ich hab irgendwie gesehen, dass, äh, Peacemaker verkauft irgendwie so ein Beta, äh, war hier, so ein Sicherheitsbehälter Beta. Der wär ja schon mal ein bisschen größer, aber da brauch ich irgendwie so ein AESA für und das gibt's im Flieh nicht. Wo gibt's das? Was ist das? AESA hier bei mir. AESA brauch ich, M.LP, so ne komische Schalterplatte und LED-X. Die Sachen krieg ich im Flieh nicht. Das sind ein paar Millionen, sind das. Echt? Ja, hier. Und LED-X ist sowieso super, ja. Ich glaub, ich hab davon nix im, im Flieh gefunden. LED-X, doch, hier ist einer. 990.000. Ich guck mal, was die X kostet hier. AESA. AESA, ja, warte. Der war vorhin zumindest gar nicht drin. Es ist jetzt gar nicht drin. Ähm, was war da noch? Also, von dem LED-X bräuchte ich nur ein, M.LP, gibt's auch noch. So, wie immer das ist, M.LP. Hm, gibt's auch nicht. Sonst fertig, ich geh rein mit dem Scheiß, die ich gerade gefunden hab. Okay. Mit allen drei Waffen. Ah. Oh. Lass die mal lieber zu Hause, ne? Dein Headset hält ich gleich noch. Gern. Ah, yes. Liebe Leid. Gut, Leute, geht los, geht los. Gut. Warten Sie mich ein. Wissen wir mal, hier ist 75.000 da drin. Ja, ähm. Ganz schlechtes G dabei, diesmal. Ja. Level 6, Amor, Big Server forever. Läuft. Jaline guckt gerade ein Pre-Patch-Video zu Shadowlands, Thorsten. Mhm, okay. Das ist ja bald, ne? Ach, komisch, dass sie das guckt. Hm, ist das Interesse etwa doch noch da? Ja, da klickt man ja auch. Na klar. Na, hier auf. Das ist gar nicht anders. Das hat sich von alleine angemacht. Ja, na ja. Nee, aber da interessiere ich mich gar nicht für, wisst ihr? Nee. Komm, Janine. Ja. Ja, was soll das eigentlich, genau. Ja, wobei, die haben ja nur einen Monitor noch frei. Ist ja egal, die München laufen lassen. Komm. Gibt halt weniger Prozente. Ganz einfach. Ganz einfach. Wo kommt das raus? Irgendwann im Oktober. Nächsten Monat. Äh. Uh. 20. Sau oder so. Irgendwie so. Das ist ja ein Zufall. Ja. Was ist ja alles? Ja, das ist eh gekauft. Das habe ich schon bestellt. Ich habe das schon. Ich habe das schon. Ja. Ich muss sagen, ich habe irgendwann dann den Blizzard ja die Einzugsermächtigung entzogen, aber. Ich habe das durch, durch WoW-Geld bezahlt. Gold. Ja, deswegen. Also Janine hat irgendwie 200 Piepen WoW-Geld. Ja. Als ob ich dafür was hinlegen müsste. Kannst du dir eh nicht runter von der scheiß Blizzard-Dings. Richtig. Ja, wir werden was Kaufbares kaufen. Das. Und Diablo 4 bezahlen wir auch noch davon. Boah, Diablo 4. Hör auf, davon zu reden. Da werde ich so abdampfen. Weiß ich so schon. Yeah. So, Jungs. Mhm. Die Panzerwachtel kommt. Ja, dann schieß uns mal ein paar jetzt hier, komm. Ach, ich habe, ich hätte auch einen teuren Helm aufsetzen dürfen, ne? Aber ist egal. Schieß uns mal hier ein paar. Ein Helm hast du jetzt gespart, ne? Ja, das war schlau. Peter, mach mich weh. Das war mein Kopf am wichtigsten, ne? Das ist egal. Ja, vom Skep direkt ins Gesicht oder sowas. Rüberlaufend Haus, oder wie? Hm, ja. Ne, ist ja seltsam, dass das Video da vorgeschlagen wurde. Ist ja seltsam, du. Wie liegst du da? Hm? Indem man die folgt oder sowas. Ja, jetzt habe ich mir jetzt noch verjagt. Da oben steht das Kev. Ja, mach ihn mal weg. Nein, mach ihn weg. Mach ihn weg. Verliff. Nicht mehr. Spiel in die M4, ne? Da kann man wahrscheinlich durchdrücken. Hast du nicht die HK? Nö. Doch, die HK416. Keiner noch, keiner sei noch sonst. Ach, Dokumente. Lucky. Wo, ich muss die sehen, die Dokumente, die finden die. Die sind immer oben, manchmal in der Bibliothek, sind die manchmal drin. Da in dem Regal. Ich kann derjenige, der mich hier schießt, sich richtig freuen. Geh weg, Thorsten. Ich guck's mir, ich guck's bei mir in den Stash rein. Ja, was hast du dir so gedacht, ne, Tito? Danke ich mir. Was hast du dir jetzt so gedacht? Wir Pay2Win-Editionen haben und dann auch noch alles geschenkt. Ja, mei. Schön. Oben bis durch, oder was? Können wir auch direkt weiter, meinetwegen. Ich hab keinen Bock hier zu... MS hab ich noch gefunden. Hab echt keinen Bock mehr, ich bin nur noch von oben herab jetzt. Na, hallo, oder was? Äh, kann man auch? Rutsch. Machen wir, lass mal kurz mal Dinge durchsuchen hier. Manchmal ist es so... Achso, was willst du durchsuchen, sorry? Die Schränke hier. Achso, ja, okay. Okay, ich warte. Ich komm wieder rein. Alles drin warten. Ja, ja. Das ist ja kein Problem. Performance von dem Spiel ist echt so schlecht. So im Vergleich jetzt einfach mal, ne? So, einfach wirklich jetzt nur reine Performance. Ist halt, boah, unterirdisch. Muss man sich echt so umgewöhnen. Hm? Wollt's mal... Wollt's mal... Wollt's mal... Nee. Wieder kommen mit dem Waffenhandling von teuren Waffen noch nicht so klar. Äh, Trigger war so sensibel. Da war so ein roter Knopf. Das ist im L. Das ist im L. Du willst, guck mal oben raus, Tito. Nee, wir sitzen unten. Vorm Hintereingang. Ausgang. Eingang. Beides. Okay, ich schau Richtung L drüben. Ist nichts Richtung... Nee, das war direkt im L. Da war bei dem... Äh, weißt du, wo die Tasche ist? Wo die Sporttasche da bei den zwei blauen Containern ist da. Ah, okay. Ja, so. Ich wette, die kommen hierher. Ich hab's ja gehört. Ja, das ist Tito. Das ist Tito. Der ist Treppe runter. Ich bin Treppe runter. Yes. Gut, wir kommen raus. Richtung Halle? Richtung Zweitein oder? Oder Konzweitschen? Konstruktion. Konstruktion zu den Schotts. Ich will zu den Schotts jetzt mal. Ich fau gern zu den Schotts. So eine Nummer ist das jetzt. Hier vorne. Glaube ich vor mir. Also da, wo wir den Fight hatten. Ich glaube hier ist Step gehört. Ich geh jetzt wirklich mal in die Ecke da bei der Tasche. Ich bin schon rum. Nee, hier ist nix. Okay. Hast du das da rechts? Ja. Genau, rechts. Gut, dann. Oh, da läuft das gerade hin. Von rechts. Hinten, hinten am Zaun lang. Ich hab's gesehen. Ja, ist weitergegangen. Ich lauf mal näher ran. Das Ding ist am Zaun jetzt. Ja. Push mal. Hab ihn. Der junge Mann ist RIP. Sieht dort hinten? Ja. Ich nehm den Turm hier ein. Ich nehm mal rechts aufs Grün. Ich komm jetzt nach. Der hat aber nichts Großartiges, sag ich mal. Ich komm jetzt nach Richtung Treppenhaus. Irgendwie schreit da ein Skeff in Schwitzwort richtig rum, Mann. Boah, Alter. Da bei dem UN-Wagen, UN-Wagen da vor der... Hey, ich sauer. Ja. Wo ist Peter? So ein bisschen versetzt, okay. Ich geh hoch und schau mal auf den Baustell, ob ich was sehe. Mhm. Ich guck mal kurz. Ich guck mal bei dem Typen da, was der hat. Ist mir egal. Ist ein bisschen privat, ein bisschen... Ein bisschen lockerer ist doch... Ein bisschen lockerer, einfach mal ein bisschen privat. Ein bisschen privat ist doch... Oh, waren sie auch gestern beim Sonderschluss verkauft? Level 9. Normen rum. Wir sollen mal schön hier donaten. Donate mal rein, scheiß Fanboy. Oh. Ups. Ist so laut. Ja, ist gut, Ruhe. Ist dann schon klar. Ich schmeiß meinen Helm hier neben dem Sein. Halt! Im Loch! Ne, ist weiter. Kann das sein? Ja, kann sein. Wird wahrscheinlich so sein. Wo ist Tito? Kommt durch! Wir nehmen die Baustellung. Ich schau nicht. Steff oder Spieler? Im Loch, Spieler. Der guckt doch kein Skeff durch, oder? Rechts, rechts. Ja, von mir aus rechts, ja. Ich schmeiß ne Gren dahin an das Loch. Welches Loch meinst du? Das zweite. Das mittlere. Von den dreien. Ich werf noch eine. Einfach zur Sicherheit. Ja. Das reicht. Ja, ich, ich, ich. Ja, ich wollte von der Gren. Da hatte ich Angst. Okay, ich bleib kurz sitzen. Ich versuch zu hören. Da ist nichts. Da move nichts mehr. Moves like Jagger. Jetzt höre ich was move'n. Okay, du bist es. Ich gucke da mal das Loch rein. Ist mir egal. Oh, der hat übel gefressen, glaube ich. Versuch was zu sehen hier. Nix, nix, nix. Er liegt. Er liegt. Wannskeff. Wannskeff. Er rennt draußen? Okay, Peter. Ich gucke von hinten. Hm. Ich mache den eben leer hier. Aber hier ist nix. Okay. Ich weiß nicht mal, wie gut die du bist. Wo? Hoben. Hoben. Du sagst, ich pass mal wieder auf. Gut. Ich bin, ich bin Pommesbude. Ja, ich bin in. Ich gucke mal bei der Leiche hin. Ist das denn Flummi oder was? Ein bisschen privat. Einfach mal ein bisschen locker privat. Wollen wir wieder Haus? Erst mal gucken und dann Halle? Ja. Oh, das war drüben noch. Das war... Meinst du, komm rüber? Das kann sein. Diesmal setze ich mich hier aber nicht hin. Lass uns mal schlau hinsetzen. Hm. Einer kann ja ruhig hier vorne hin. Ich gehe mal hier vorne hin. Ich mache mal den Blocker hier. Ah, Ibu rein, Jungs. Hatten wir Haus unten zugemacht? Ja, ne? Ja, ja. Okay. Aber hinten nicht und oben auch nicht. Aber vielleicht kommen ja noch rüber. Wer weiß. Na, ist doch privat. Das muss man locker haben. Das ist so dumm. Ach, gerade, ey. Tito hat es wieder nicht geguckt, ne? Nein. Stromberg. Boah, mach da... Ich gucke sowas nicht. Was ist denn bei dir? Hier nur noch Getatort und dann Gute Nacht, Johanna? Oder was? Was heißt denn hier außerdem sowas? Was ist denn sowas? Ja, das verstehe ich halt auch nicht jetzt. Sowas? Ja, das klingt so abwertend. So bösartig. Das klingt schon wie abwertend. Hm. Ich wage jetzt mal einen Blick. Ich gucke mal eben. Mach mal den Baiter. Da müsste ja nichts durchlaufen sein. Weißt du, wie bei James Ryan, wenn die da so vor den... Ich bin gerannt, das Stück. Ich komme mal wieder zurück. Mal sehen, ob du es siehst. Da. Da hast du mich gesehen. Ich habe mich bei dir... Kannst du nichts machen. Kannst du nichts. Guck mal, das ist... Das ist das. Wenn du da jetzt langkriechen würdest, könnte ich schießen. Ja. Nicht. Nee. Warte mal, ich komme nochmal. Mit Ankündigung selbst hast du keine Chance. Ciao. Du hast mich nie... Doch da. Ganz kurz. So. Kannst du haken. Kannst du haken. Das Spiel basiert auch ein bisschen auf Schnelligkeit. Auf Schnelligkeit an der richtigen Stelle. Warte mal, ich mache mal jetzt so. Aha. 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 Zur Halle gehen wir rüber. Zur Halle. Einer auf jeden Fall rübergejumpt. Von welcher Seite aus? Neue Construction auf die einen rüber. Alles klar, ich komme zurück. Ihr habt zwei Waffen gehabt. Das ist nur eine bis jetzt gesehen. Wo? Ich höre ihr was. Das war ich wahrscheinlich. Wo denn? Was rum bei mir? Verstrasse. Okay. Ich bin der Bushalter. Skeff. Ich umlaufe links. Ja, Skeff. Ich schieße neben dem rum. Dann brauchst du deine Munition nicht verschwenden. Wenn ich ihn denn sehe. Steht hier direkt vor mir. Klasse. Ja, ich sehe ihn. Gut. Das haben wir. Wo ist der? Der ist von hier. Guck mal. Der ist von Neukonstruction. Rechts rüber. Hast du von mir aus gesehen? Ich bin im Trefferhaus hier. Rechts rüber zu der Halle gegangen. Neue Halle. Dann wird er aber schon gleich herkommen. Wollen wir uns in den L setzen? Können wir machen. So wie wir letztens saßen, Thorsten. Jetzt weiß ich nicht, ob Richtung Old Gaze geht oder Neue Halle. Aber normalerweise glaube ich, der geht wahrscheinlich in die neue Halle. Vielleicht Old Gaze raus. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Oh, wir werden sehen. Ich muss auf jeden Fall gleich mal pissen. Ich habe so viel Salat. Ich bin nur noch healthy. Boah, nur noch Salat und dies und das. Und ein bisschen auch auf Privat. Hier ist noch Tushonka. Brauchst du die kleine Dose? Ja, ne? Da nehme ich dir mit. Musst du mich gleich eben dran erinnern am Ende. Du Steps? Ja, okay. Wo deckst du denn Haus, ne? Okay. Ich gucke gerade so ein bisschen Richtung Haus. Ich gehe wieder auf meine Posi. Nicht wundern, wenn gleich eine Rascheln kommt. Ich weiß nicht, ob ich so doll bin. Ich weiß nicht, wo du da sitzt. Achso. Ist schon mal gut. Ich sitz gut, sagst du? Wenn du sagst, du weißt nicht, wo ich sitz, ist das gut. Na, ich guck mal. Ja, du. Doch, guck mal. So sehe ich dich. Ja, du. Aber sonst ja keiner. Ja, du guckst da schon ziemlich auffällig raus. Weiß ich nicht. Ein bisschen noch nach hinten. So ist gut. Ich kann noch mal den Baiter spielen vorne am... Ich hab da mit... Der kommt bestimmt gleich. Oh, jetzt sitze ich ja mitten im Busch. Das ist auch geil. Komm, ich hau mir noch mal die Bonbons rein hier, bevor es losgeht. Tag, rein mit den Bonbons. Wo ist Zito? Immer noch Construction. Pass auf links hier auf, ja. Hm, okay. Komm, du mein Stream, Mann. Ich verstehe das nicht. Ja, ich... Er hat keinen Monitor. Achso. Ein Monitor hier stehen. Da kann ich die jetzt momentan sortieren. Da muss ich es sagen. Da muss ich es halt sagen. Dann hab ich einen Monitor. Das weißt du nicht. Dann soll ich dich immer noch. Ist ja nur ein Hobby, warum auch zwei Monitore haben. Nö. Fahrrad für 8000 Euro, aber keinen zweiten Monitor. Mein Fahrrad hat 150 Euro. Ja, komm. Bei jedem Einkauf im Bioladen... Bei jedem Einkauf im Bioladen 300 Euro da der Kassiererin als Trinkgeld geben. Aber hier nicht mal einen Monitor kaufen, ey. Komm. Boah, wenn ich sein... Kauft vor drei Monaten. Ebay-Kleinanzeigen. 150 Euro. Ja, aber ein Bogen für 12.500 Euro. Profil hier. Irgendwie so. Ja, und dein Bogen? 2.500 Euro? Ach komm. Mein Bogen? Achso, mein Bogen hat mit allem Drum und Dran 160 gekostet. Ja. Komm, ey. Monitor kostet einen Honig, Junge. Ich bin arm. Aber ich hab doch keinen Platz. Ja. Ich bin arm. Was geht's noch? Wir kommen nicht zu euch. Wir kommen jetzt. Ich geh beten. Bleib einfach sitzen, Peter. Ich mach das. Ich hol ihn ran. Ich bin wie Reiben auf dem Glockenturm. Wie ist der so? Reiben? Ich hol mal was ran hier. Ich glaub, wir sind da raus. Die sind alle raus, meinst du? Nee, ich glaub, die Grenade, die wir da hinten gehört haben, waren eine Ausgangsplanade. Ich glaub, ich hab hier was gehört. Boah, Tito. Ja, hier ist was. Ich komm. Ja, wo du... Hab einen. Einer tot. Spieler da. Ja, Spieler. Zaun innen. Musst du eben arzten? Nur einer? Oder mehr? Bisher nur einer. Könnte keiner Zaun innen reinlaufen, Främchen? Nein, ich muss mir eben den Bein wieder ran. War ein Spieler, nicht das beste Gear. Mal gucken, was das für einer war. Mach ich gleich. Auf jeden Fall ein PMC. Der war ein Busch neben dir, wo du vorhin drin saßt, Peter. Ich weiß, wie lange der schon saßt. Ja. Oh, wo ist das? Sieht aus, ist das bei dir? Ja, es war links auf der Straße oder sowas. Das hat sich lange gehört. Muss mir eben Bein wieder dran nehmen. Thorsten, ich geh mal auf die Kreuzung. Du bist das hier, ne? Ja. Ja, ich will den gleich eben leer machen. Kannst du mir ja kurz Cover geben. Okay. Muss ja auch mal ein bisschen looten hier in dem Game, weißt du? Ich nehme das aber erst eben dran. Dann trinke ich einen Schluck Milch. Und dann... Dann machen wir das. Hat der mir doch noch ein Bein weggeschossen, der hier auch? Nee, da kriege ich Schmerzen. Direkt im Loch fast. Direkt im Loch. So ein bisschen links davon. Ja, da so. Und dann aber das an der Straße da. Weißt du? Unten. An dem Weg. Du am Moven? Ja. Ja. Ich geh hin. Ich mach leer. Ich geh ran. Hm, Jochen. Level 11. Mit Arschgier. Mit Arschgier. Na. Ich denke da, dass das keiner mitnimmt hier, ne? Du kennst mich aber nicht gut, ey. Dann schmeiß ich meine Scheiße weg hier. Den hier trinke ich mal eben schnell. Ich hau mal Ibo rein. Das nehme ich mir mit. Das kannst du aber glauben, mein Freund. Ja, einklappen kann man die nämlich noch. Achso, die kann man da nicht tragen. Okay. Nö, warum auch? Achso, ist die immer noch drei Slot? What the fuck? Okay. Ach, wir nehmen Schally vorne drauf. Guck mal. Hm. Hm, okay. Eine Saiga hatte er. Ja, die drüben Extracten, denke ich. Die die da jetzt sind, weil... Ja. Halt! Strafst du? Ich bin das. Nee, das war unten am Hang, glaube ich. Ich check eben. Nee. Okay, war es doch du. Ja, dann können wir auch zurück. Da, meinetwegen. Das war auch noch Halle gehen, gucken, ob wir da noch irgendwas abgreifen können oder so. Man muss jetzt hier nicht noch warten. Die, wenn die schon drüben Extracten, dann passiert... Das ist alles drüben. Wahrscheinlich Skeps, die auf die extractenden Leute schießen. Shit, what's your problem, man? Bei dem fliegt einer. Den habe ich schon gerupft. Den habe ich schon gerupft. Oh, Tito, wir sind das. Dann lass eine Halle gucken, oder? Bei der Struct und dann eine Halle oder so? Ja, genau, irgendwie so. Komisch, der würde dann rechts weglaufen, nicht der. Das ist gar nicht mehr Blick, ne? Ja. Wollt's oben hoch und Peter und ich gehen ran, oder wie wollen wir das machen? Peter, der Panzer. Hier, Peter, komm mal her. Trieb ich dir da. Oh ja. Zack und zack. So ja, nice. Pack den safe oder so. Sag Bescheid, wenn du oben bist. Warum kann ich jetzt hier ein Item im Raid nicht modifizieren? Also hier den Shally abbauen oder so. Warum kann ich das nicht und der macht das immer so? Weiß ich es nicht. Die Item, die kann man, das ist manchmal Item mäßig. Okay. Manchmal geht man es nicht, ne? Ja, komisch schon wieder, ey. Bei mir funktioniert es halt nie, bei er kann das immer Zeit pflücken, alles. Also ihr blickt jetzt auch drüber auf die Halle oben, ich sehe gerade niemanden. Okay, ich gehe unten rein. Mit dem Peter. Ich komme mit. Bin ich schon zerschossen, lass mich mal vor. Skev ist auf jeden Fall noch hier, oben. Würde mal versuchen, direkt hochzukommen. Nicht, dass das wieder hier... Ah, da steht noch was, pass auf. Okay, never mind, gut. Shit, what's your problem, man? Okay. Ne, hier ist clean. Ah, ich checke eben die Skev-Kisten. Ich glaube, der Server ist fast leer, vermute ich. Paracord! Hm. Das war eine Prüfer-Kisten-Pion. Hm, Paracord. Hm, Silbo ist auch viel wert. Die ist auch noch voll hier, die Kiste. Crazy. Schüße rechts. Wo? Fußhalterstelle. Fußhalter. Okay, wir kommen zurück. Wir kommen. Hier in der Kiste sind immer richtig viele Kippen, ey. Der beim Granatwerfer. Also wenn wir mal die... Wenn wir die Kippe-Quest haben, Peter, müssen wir da einfach immer hin. Hm. Gut. Aber du hast ja eh gesafed, ne? Ich hab das eh gesafed. Wir sind gleich bei dir, Tito. Tito, bei dir wird recht close geschossen, ne? Ja, aber das ist eine Prüfer-Kisten-Stelle, ich hab keine Wissen. Ja, bleibt da, bleibt da einfach. Oh, ich hab' geschossen. Okay, das ist jetzt. Also unter mir jetzt? Ja. Ja. Ich guck da mal rüber. Ich seh' da nix. Ich hab' da nix gesehen gerade. Jetzt... Ist jetzt vorne direkt am Loch. Doch, jetzt hab' ich was gehört. Das ist was über die, äh, Treppe rüber, glaub' ich. Über diese, diese... Die war eigentlich, glaub' ich. Achso, das kann sein. Ich hab' mich dahinter bewegen. Ob ich schon leise ist, äh, es ist wichtig. Hm. Ich komm' mal zurück zu euch da. In den Tito-Busch unten. Zum Blue. Halt! Achso, oh, Alter. Alter. Ich hab' mich kurz eingeschissen, ne? Muss ich da erstmal duschen. Ich wechselte die Sicht wieder zum Ding, zum, ähm, G-Hinter. Hm. Also mir ist egal. Wir können extrakten. Ist wohl. Ich würd' fast nochmal extrakten und nochmal reingehen. Irgendwie. Gehen wir Old Gas gucken und dann... Komm' machen. Ich hab' lauern, Tüse, Old Gas. Da lass' nur Old Gas gehen und dann... Muss nämlich pissen wie ein Schwein. Komm' mal. Klar, wir hatten gerade noch Schüsse, aber... Ja, ich weiß, aber... Ich denke... Die Skefs getötet und dann extracted. Ja, diese Warten könnt ihr das schon, ne? Ist ja jetzt wo ich Deckel die ganze Zeit. Hm? Das sind die Warten nicht. Ist doch schon... Nicht ein Schuss hast du abgefeuert. So. Ich hab' den Treffen am Ziel. Der hat auf die Skefs gesch... Auf die Skefs hat der geschossen. Ich werf' Gren rüber. Auf die Brücke. Ja, ich werf' Gren auf die Brücke. Sitzt... Sitzt perfekt. Er muss von mir gesetzt haben, von den Schuss. Ich guck' von rechts. Skef auf dem Gelände. Hab' ihn. Spieler mein' ich, Spieler. Wo war der Spieler? Der muss oben sein, an den Gleisen. Ja, ich seh' ihn nicht, ja. Jetzt haben wir ihn gesprengt. Wir haben da drei Granaten rübergeworfen. Lass' mal... Lass' nur... Ich... Ich... Geh' mal ins Gelände rein. Der muss in wieder unter der Brücke sein, oder auf dem Gleis oben. Ich pushe da mal ran, von rechts. Von mir hat er noch eben 8,90 Gesicht gekriegt. Ich bin das in. Ich bin das in. Nicht erschrecken. Ich bin das. Bin am blauen Van. Ich guck' mal mit rein. Ich bin ja... Ich hab' jetzt Sicht nach unten. Guck' jetzt mal links hoch hier. Seh' nix. Seh' da nix. Seh' auch nix. Extracten können wir aber auch nicht. Das heißt, ich spring' mal hier rüber. Ich bin noch hinten, schaue, ob du dich hier noch bewegst, oder sowas. Ich guck' grad innen. Innen ist auch nix. Oh, vielleicht liegt der unten, oder sowas, oder sowas. Ist da oben an den Gleisen, Torsten, ne? Hm. Ist er doch da? Hm, okay. So schnell kann er nicht abgehauen sein, ey. So schnell kann er nicht abgehauen sein, ey. Hä, der war doch oben vor uns, warte. Ich hab doch vermisst. Ich komm' zu euch rüber. Hm, ja, ja. Gut, ich renne hier lang. Ich warte auf euch kurz. Ja, ja, pass auf, pass auf. Er wartet bestimmt irgendwo im Busch, oder sowas. Er wartet, ja. Schau' noch mit Nate. Doch, ne. Doch, ne. Also, das ist gleich oben. Habt ihr geschaut oben? Oben waren nichts, ne? Ich bin oben die ganze Zeit. Warte mal, ich hab mal von... Von dem Griff hier, die Waffe. Komm mal hoch hier, ich hab oben. Der ist hinten. Wo hinten? Bei meinem Ausgang, Thorsten. Okay. Von der übrigen Straße. Da, wo wir letztens erschossen wurden. Mhm. Safe call, hab ich angesehen. Ist ja gerade runter zum Bunker. Der auch. Der ist nicht auf. Der ist auf. Ja. Der ist in den Gleisen. Wo schon mal, ob er hier sitzt. Warte, der kann hier sitzen. Komm mal, komm mal nach. Zieh mal nach. Skev steht da noch. Oder... Ist tot. So, ich pushe eben an den Bunker ran. Der ist schon weg, oder sowas. Ja, ja, der wird weg sein. Denke ich auch. Wir müssen trotzdem gucken. Du musst von mir kassiert haben vorhin, ne. Dann können wir hier aber auch raus. Ja, ja, ist weg. Dann können wir hier auch raus. Hm. Gut, eben pissen. Gleich wieder herab. Wir müssen hier verleten. Dann können wir hier auch raus. Das ist ja schon. Also ich versuche ruresten. Der ist drin. Ich gehe jetzt die Inden abonniere. Wir müssen hier mit 4,000 Celsius. Wir müssen hier hinbekommen. going, was zu 가까łości mit deinem inbauen. Wow. Okay, das ist ja echt ein bisschen. Wir müssen jetzt hier auch mal auf das Käpte. Wir sind jetzt welche, ganz ganz einfach bist. Wir müssen dir mal rein. Wir müssen hier . Wir müssen wir in eine kleine Mühle. sagen, was wir haben das neue Reise über die Uma. Vielen Dank. 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 So... Ich bin auch sofort soweit. Also ich persönlich spiele eigentlich nicht gerne mit gutem Gear, weil ich es ja immer nicht verlieren will. Deswegen spiele ich ja gerne mit Jochen Gear, renne ich mir einfach rein. Auf der anderen Seite. hab halt irgendwann so viel von einem guten Zeug, dass du gar nicht mehr anders kannst. Eben. Das bringt dir das auf der Bank. Macht ja auch keinen Spaß dann. Ist ja hier kein Bank-Simulator, ja. Klammert sich ja ein Online-Gier. Ja, das ist genau das. Ich hab das aber auch. Ja, ich hab das aber auch. Mach das aber auch. Aber versuch ich mir abzugewöhnen. Einfach ein bisschen reinjallern hier. Ganz ehrlich, man fängt hier irgendwie mit 300.000 Gold an oder so. Guck, wo wir jetzt sind. Mit Jochen-Gameplay den ganzen Tag. Mit Geld brauchst du wieder ein bisschen rein und dann kaufst du den Scheiß. So seh ich das. Macht da nicht mehr so einen Herrmann. Das mach ich einfach nicht. So. So, das war jetzt um... Ja, ne, so. So. Sag mal. Muss ich sagen. Oh, vielleicht wird Blitzherbes gekriegt, wenn ich sie mir den fetten Finger in den Gug. Ja, ich spiel. Oh, manchmal hab ich Bock auf was Herzhaftes und dann auf einmal wieder... So. Stimmt, du machst ja wirklich manchmal so und dann... Ja. Find ich eben auch, dass ich eklig bin. Ja. Punkt. Mochen wir auch nicht lange überlegen. Ja. So. Ich bin wieder fertig. Ich nehm nochmal ein paar Granaten mit hier. Auch drauf geschissen. Alles drauf geschissen, Junge. Alles drauf geschissen ab heute. So. Ja. Von dem... Gerade von dem Run krieg ich auch wieder ein paar paar Sachen wieder. Ist halt alles egal. So, ich bin wieder ready. Bin ich? Bin ich? Bin ich? Ja, bin ich. Ja, man darf dann nicht so attached sein zu dem Zeug. Einfach weghauen. Mein Gott. Ist eh noch heute nicht. Richtig. Man kann ja so zwei, drei Sachen bewahren, aber... Du kannst ja eh nicht alles spielen. Das geht ja gar nicht. Machst wieder Jochen Runs, kriegst wieder Gier, sammelst wieder zwei, drei Dinge. So mache ich, so will ich das machen. Deswegen habe ich da in letzter Zeit auch mal die ganzen guten Sachen mal weggespielt. Ja, meistens schon die guten Sachen nicht, aber das billig Zeug, ne? Gut, warte auf Invite. Noch ein schönen Teechen. Noch ein richtig schönen Tee. Nicht gut. Hoppkönnen. Hoppkönnen. Drittletzter Tag Arbeit. Ja. Letzter Tag kann es nicht gerne erzählen. Hier gibt es noch Kuchen. Schluss. Langt dann ja auch, ne? Ja, ist einfach lustig. Momentan habe ich schon angefangen, so ein bisschen aufzuräumen. Und noch so ein bisschen dies, weil ich kann es gar nicht wissen, wie man ein Schreibbisch aussieht. Wo ist Tito? Ich weiß nicht. Hey, jetzt kommt der gleich wieder. Ich muss einen Anruf, weißte. Ne, bin da immer. Hey, wo was hast du tritt in mir zu suchen, habe ich irgendwo eine Flasche versteckt? Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. wird so langsam schon eher wieder dunkel dann geht so langsam ja merken auch morgens wenn ich aufstehe ist richtig hell die kalte jahreszeit ist ja bekanntlich die gamer zeit ja also sehr bekannt eigentlich ja bei mir schon ich weiß nicht aber mir schon bei mir schon und also gamer zeit ist horde three player kill of onyxia schwerer content die horde hat es jetzt auch gemacht ja ich meine ich spiele noch nicht genug dieses die spielen noch nicht genug hieß es muss noch mehr spielen scarab lord und dies und das genau ich habe seit anfang august auch nicht mehr mit denen gesprochen weiß es nicht keine ahnung mit wem ja mit denen ich weiß nicht genau was sie machen weil ob das schwer ist das ist ja furchtbar schwer heißt es ja verstehe ich auch ist es furchtbar schwer einfach also ich habe das auch wenn ich so puzzle von früher spiele alter sechs bis neun dann ist es manchmal schwer aber da teile fehlen der peter wieder der audi richtig raus schwer manchmal ich sag ja mal mau mau ne also langweilig aber der maul für die wir mit uns wir spielen wenn so weit ist was soll das werden jetzt spiel ww ist ja ach du meine güte server vor 100 jahren auf dem privaten gespielt oh gott spiel ww ist das lustig weißt du die ww ich glaube sogar tito könnte das gefallen nein ich kenne das gar nicht wann soll das raus kommen in einem monat warum fragst du denn überhaupt wenn du eben besser hast das spiel war halt cool wenn ich mich drauf einstellen kann ich kurz einmal zu holen dann bin ich immer mit dieser stream zu gehen weißt du früher auf dem super nintendo ne da hat man einfach alles gezockt heute stellt man sich an wie ein mädchen ne doch da hat man sich jedes spiel geholt was da kam ne ganz früher jawohl top spawn oh god ja und top top boah ne ich sag's euch ne wenn ich hier irgendwann mal krieg ne mhm direkt raus dann werde ich call of duty pro ich muss sagen ne ich hab wirklich bock in dem ich weiß nicht wieso das bei mir so ist ich hab bock in dem spiel gut zu werden weil ich einfach die ich stell mir immer diese zwölfjährigen kinder vor da im wohnzimmer bei sich zu hause wie die mit so vorstellen und letztlich werden lassen nein ich lass mich also wie gesagt die gegner stelle ich mir immer vor wie die da im wohnzimmer bei mama zu hause vor der place sitzen und das zocken und dann von mir weggeschossen werden das ist ein schöner gedanke ich mag das so wir sind gleich am loch um die kunde zu ärgern ja mach den Landmark meinst du soll ich den Landmark machen der wird noch gejoggt der kann dich nicht töten und durchsprich genauso wir sind noch gestorben und langsam rumgegangen so wir sind durch hab ich gesehen muss stehen bleiben wenn er Luft braucht mach den Landmark das ist auch so ein richtiges neues Meme ey ja machen wir du ich hab da nichts dagegen ich mach das ich versuch das schon der hat mich inspiriert der Typ der ist irre aber ich weiß wenn ich die Maps nicht spiele ne spiel kein Factory spiel kein Wood nur für die Quests nur für die Quests höchstens ich hätt das gerne mal fertig für die Quests halt genau naja ich seh hier nix meinetwegen können wir rüber den üblichen Weg hier neue Construktion einnehmen er ist alter wie ist das go ich hab nichts gesehen keine ahnung bei dem Wetter siehst du ja auch nix nee bei dem Wetter sowieso nix ich bin ja richtig tailed hier skep in mittleres Loch nein nein der steht am Loch ey ich seh den da nicht zweistück du bist so innen gelaufen bei Tito oh zwei Stück zwei Stück bei mir zwei Stück ey er hat zwei Hits kassiert ne drei Hits einer weg links der ist schon weg beide tot beides skeps tot ich stehe jetzt auf links hier auf die Construktion treppe beides skeps tot von daher beides skeps tot von daher kein Problem ich weiß ich überleg dir wie du mit mp gespielt hast ja dumm wie Jochen springend mit Jochen einfach mal realisieren so ne ja dass ich da stärker bin weiß ich ey ich mag das Spiel auch lieber wenn ich ein bisschen lau meine schlechste place war nur mit Smyper ich kann das nicht von anderen in diesem Nahkampf shit in diesem Spiel gehen wir rein und raus ich liebe das ich geh auch gerne vor immer ja wir gehen in New Construktion oder ich bin bei den Silos man darf das Spiel einfach nicht ängstlich spielen dann bin also dann kann ich das gut ich hab halt noch Angst vor Dorms aber sonst geht das eigentlich wir sind vorne ja 2 sag mal was sie aushalten hm der schieß weiß auf mich also der ist da oben der ist da oben ich leg das hier hin wir spielen das hier eh noch weiter ich bin hinterm blauen ja danke hinterm blauen ich bin in der Ecke hinterm blauen weil es umso lang gehen kann achso ok dankeschön ich bin gut zum nachladen oh Halle Tank 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 war das Tank hm ja ich komm rüber also die zum die hoch ne schauen wir ob ich das sehen kann woher schießt er er hat geschossen die Skeps die Skeps sind das hast du da geschossen nein die Skeps schießen nee draußen woher die Stelle aber wenn er auf mich geschossen ist die Dreckseck geht's hoch Baustelle hoch ich schieß nicht ich kann's dir wieder zurückgeben hier die Schiene Peter wo bist du wo bist du denn ich leg's an die Wand hier links und dankeschön ich geh wieder da vorne hin ich hau mir neue Pillen rein die sind beim QuickPath QuickPath schräg 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 tanke ja vor der Tanke sehe ich was laufen vielleicht kommen die ja an den Tabsäulen sehe ich habe was gesehen mehrere ne oder einiges warte ich hab gleich Skatepost dort vor den Screen oder hier hm 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 weiß ich auch nicht oh da ist gut was los ich will ins Screen naja ich geh da hin naja aber jetzt komm ich bin hier durchs Loch ja ich guck mal wo die Schiene ich guck mal wo die Schiene wo die Schiene von der Schiene von der Schiene von der Schiene wieder das gelb also auch mal es war es tot oben wo oben Auf der Brücke oben. Ist tot. Die sind rechts an der Ecke, wo du über die Tanke deckst, Peter. Ganz hin. Ich bin oben an der Brücke beim Zug. Ich werfe da jetzt Grants hin. Oh Gott. Komm, ich möchte auch noch was hin. Die sind, oh Gott. Hast du da hingeworfen? Echt in die Ecke? Echt. Die miese Dinger. Ja, glaube ich auch. So wie die Atombombe. Ich habe da oben den Bahnübergang. Ja, ich rushe da gleich hin. Die sind da noch. Die sind da rechts in der Ecke bei dem Übergang. Ich gehe jetzt mal hoch zum Zug und gucke mal, ob ich was sehe. Deine Steps? Ja, ich gucke eben oben, ob ich was sehe. Soll ich mal kommen? Muss man wissen, wenn du willst. Komm schon, ich gehe runter und gucke. Du bist das da oben? Ich, ja. Ich sehe dich. Ja, da oben, ja. Du lässt uns zusammen gucken. Tanke sehe ich nichts. Ich bin runter. Ich pushe ins Tanke-Green. Komm mit. Ich level dadurch echt gut die Stärke und so eine Scheiße, glaube ich. Lass kurz eben gucken, ob er sich was tut hier. Ich gucke mal eben unterm Rohr rechts, ob ich was beim Quick-Puff sehe. Nix. Da hinten rechts sehe ich auch nix. Ja, läuft was. Tanke vorne an den, an den Zap-Säulen. An den Zap-Säulen. Da kommt noch eine Grandin. Was tut? Das ist deine. Ich verlagere eine euch. Ich pushe ran, hier an die Ecke. Wer schießt da? Ich nicht. Oh, hier liegt was. Hier liegt was tot. Ach, scheiß Gap. Ich bin mal am Arsch weg, ne. Kommt durch. Ich war doch zweimal reingenedit, ne? Mhm. Die könnte getroffen haben, oder? Na, du hast... Hier ist auf jeden Fall ein Gap tot. Ich bin bei euch vorne im Green. Tankstelle Green vorne. Ja. Ich versuche mal auf die Brücke zu gehen. Vielleicht sehe ich was von der Brücke. Wo die waren oder so, wo der war? An der Zap-Säule. Die sind reingepusht in die Tanke. Zwei, drei. Ich laufe mal rechts dran vorbei. Stell mich in die Ecke. Okay? Go. Hier sind Tote. Aufpassen, die können hier sein. Sie haben sie auf der Anstelle. Ich bin nicht drin. Ich bin rechts an der Tanke jetzt. Bei den Höhe-Höhe-Tanke, wie gesagt. Hier liegt auch was. Gerupftes. PMC. Die sind in der Tanke noch drin. Meinst du? Mhm. Du hast den Eingang, Tito, oder? Ja, ich sehe jetzt. Ich habe den E-Kavit davor. Ich bin im Fenster, sehe ich. We are dead next to ambulance and inside Nate Gardas. Oh. Schön. Nice. We are dead next to ambulance and inside Nate Gardas. Two men. Two men? Hm. Ich hätte es gesagt. Ja, hier im Chat. Ich habe einen reingedrohen. Aber warte, vielleicht stimmt das nicht. Wer weiß. Mal gucken. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich sehe da nichts. Ja. Maybe, maybe. He's baiting us. He's baiting us. Aber woher soll er meinen Namen haben, ne? Also irgendwo muss er den ja her. No bait man. No bait man. Okay. Should we trust him? Yeah, yeah. Komm. Ich gehe mal rein. I already hate him. Ich habe jetzt schon ein Grinsen in der Fresse. Pass auf. Ich kriege gleich übel in den Mund. I hate myself for doing this. Oh my God. Oh my God. Hinten rechts höre ich was, glaube ich. Aber wo? Wo die Gren? Waren ja keine Skiffs. Where? Where, man? Inside. Inside. Noch nichts gesehen. Oh, inside Bomber inside. You can see. Inside Ambulance. Ach so. Vorne beim... Ambulance? Ja, hier. Hier. Einer. Ach, guck mal. Da sitzt einer. Ja, sorry, man. Who's this, man? Drop me gun, it's insure. Ja. Large fog. Wo sollst du droppen? Hey, here's a key. Oh, nice, Nate, though. Ja, mach, mach leer. Hey, was, hey, was my Nate, my friend? Ah. Not even mine. Uh, lucky as fuck, man. Why? Danke für den Follow. Danke dir, Junge. I haven't even seen how we drew it. Just something around. Just throw it. I don't care. It's a lie, hurts my eyes. I don't care. Und Abmixu, auch danke für den Follow. Nice, nice, nice. Kill him, kill him here. The one is called Machpok, and the other one is Pogchamp. Pogchamp? Hi, fellows. Okay. Pogchamp. Pogchamp, Pogchamp. Nice, nice. I think this is all insure. So I will leave it for you. Ja, wir sind nice, nice guys. Ja. Ich sag, ist das eistlich, aber nicht. Nee, nee, nee. Oh, ja. Peter macht sich das Inventar wieder voll. Oh, hier auch. Ja, ja. Okay. Good night. Bye. Thank you. Drüber auf die andere Seite. Ja, drüber auf die andere Seite. Okay, let's go. Gehen wir in, gehen wir in. Okay, pass auf. Gauen wir nochmal in den Dings rein. Ich habe sie gesprengt. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Du hast sie gesprengt, Junge. Und haben beide auch sofort reingefolgt, ne? Nicht schlecht, Junge. Was war das für Level? Ähm, weiß ich nicht, Herr Piller. 19 und irgendwie was. 19 und 26. Was seid ihr? Was seid ihr? Ähm, ich bin jetzt draußen beim Bus. Ich würde jetzt durchs Loch gucken, ob ich da was sehe. Hast du die Sachen wirklich weggeschmissen, oder? Den einen habe ich gar nicht angefasst und den anderen habe ich die, der hat Billigwaffen. Die nehmen zur Refinanzierung von meiner Munition. Okay. Die verstehen uns eh nicht, sind Engländer oder so. Ja, komm. Wir haben eh nur Billigzeug dabei gehabt. Ja, ist doch egal. Aber sind auch nette Leute, ist doch cool. Hier, da steht was vorne. Das bin ich, oder? Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was innen gehört habe. Ja, innen noch wieder, ne? Ey, jetzt war meine Schüsse raus. Draußen geschossen. Achso. Ich bin jetzt bei euch. In Bus SpaceX gucken. Ja. Ich hab's halt schon dahinten durchgedacht. Ach, ey. Warte doch mal. Ja, ich hab doch, wir haben doch vor fünf Minuten gesagt, lass raus, oder? Ja, das ist halt im Apfel, ich hab den weggeschmissen. Achso, okay, das ist lieb. Wir sind viel zu nett, Mann. Guck mal, den Key hab ich übrigens letztens gefunden, Peter. Ah ja, genau. Lass mal auf Tito warten. Lass mal auf Tito warten. Seid ihr? Von dies, von Transporter, oder? Ja. Wollt ihr den MSG, oder was? Hm, genau, der ist ja nur manchmal da. Der ist ja nicht immer da. Ja, der ist für Dings, äh... Du, den ist in den Stech rein, das ist für den Inventiven schießt. Der scheiß Regen ist so laut. Warte mal eben. Nee, krieg ich nicht besser hin. Wollte raus, oder? Ja. Nichts mehr. Hatten die denn irgendwas? Nee, ne? Nichts mehr. Die hätten jetzt ein billig gekauft. Auch billig kamen, ja. Ja, alles gut. Das ist nur meine Punition zum Refinanzieren. Das klappt ja sogar, Peter. Das ist nicht schlecht. Ja, das läuft, oder? Das ist ja stumpf, ey. Ja, das ist echt nicht... Das ist so dumm, ey. Ja, das ist so... Aber das hier... Guck mal, die kamen nicht zum Beleidigen, ne? Ja, die kamen nicht zum Beleidigen. Das waren einfach mal nice guys. Ja. Ja, Tito hier, Staubsauger hat schon wieder alles. Okay, raus hier. Oh, den haben wir denn aber ordentlich Dampf gegeben von hinten, ne? Mit den Grants. Die haben ja Artillerie bekommen. Ich hab da vier Nades reingefeuert. Du zwei, die ja noch sechs Nades aufs Gelände geben. Deswegen. Nee. Ich hatte wirklich richtige Stücke hingeschmissen. Ich hab mal bottet auf mich. Ja, ja. Was machst du denn? Dann waren wir noch so lange Schnucki. So, lass mal gucken. Ich hab da irgendwie nur so Müll wieder rausgetragen. Ja. Aber machen wir jetzt eh Schluss, oder? Wie sieht's aus? Ja, ja. Es ist spät. Ja, okay. Ich bin so hundemüde momentan bei der Arbeit. Jetzt kommen einige erwischt hier. Kommst du auch nicht in die andere Wand, oder? Dann kommst du hier mit der F1. Die sind beide von derselben Nate verrechnen. Hahaha. Vor allem... Wie hast du die denn in der Ambulance geschlachtet? Du musst ja direkt vor der Tür hochgegangen sein. Ballern die Splitter auch durch die Wand von der Ambulance, oder was? Würde mich mal interessieren. Muss ja. Guck mal. Es waren sogar zwei Headshots von der F1. Ah, da haben sie leider Pech gehabt, die Jungs. Passiert. Ja. Das ist doch okay, okay. Erinnere dich an die Nate, die der eine Typ da einfach drei Sekunden nach dem Spawn durchboden hat. Ja. Genau. Er hätte mich eigentlich Sprühstuhl kriegen können. Da kann er sich noch glücklich schätzen, dass er eine gekriegt hat, die da irgendwie so... So eine schöne, wunderschöne Kobe-Nate. So. Ab Mixu. Why? Thanks for follow. Nice, nice. We dropped your gun. Don't worry. So. Also, ich bin durch für heute. Wir sehen uns morgen wieder, ne? Morgen 19 Uhr bin ich wieder da. Aller spätestens. Hat Spaß gemacht. Morgen wieder Call of Duty und Tarkov. Also von daher, gute Nacht, liebe Leute. Ciao, ciao. Ich bin raus. Tschö. Tschö. Gute Nacht, Leute. Bis morgen. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal.